Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Dieser Hund macht eine Ketamin-Therapie, weil er Hundedepressionen hat. Der Besitzer hat mit mehreren Ärzten abgeklärt, ob das okay ist, wenn er immer rumkommt. Und alle haben gesagt, es sei okay. Der Besitzer bestätigt, mein Hund ist sehr glücklich. Und dass er wegen seiner Therapie amix umfliegt, scheint ihn überhaupt nicht zu stören. Und diese Katzen sind einfach home on live. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So sieht übrigens eine Ketamin-Therapie aus. Die Person ist in Norwegen aus dem Haus gegangen und hat solche mysteriöse Lichter am Himmel beobachten. Wie sich herausgestellt hat, ist die Person auch gerade in einer Ketamin-Therapie. So, das war's wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass wir uns bald wieder sehen. Tschüss!